Verehrtes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, Sie befinden sich hier im Klassenzimmer der BAS und zur 25-Jahrfeier der Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege wollen wir Sie hier recht herzlich begrüßen. Wir werden heute ein Theaterstück aufführen, das jeder aus dem Fernsehen kennt, nämlich das berühmte Stück, das wir vorwarten. Hier geht es um den Geburtstag einer viel älteren Dame, nämlich um den 90. Geburtstag der Miss Sofit. Wir wünschen unserer Schule, dass sie ihren 90. Geburtstag in ebenso guter Verfassung feiern kann. Hier also nun die berühmte Aufführung der Stückstücker von Hahn. Nicht in unserem Klassenzimmer, nein, wir befinden uns jetzt hier in einem Speisesaal auf einem englischen Landsitz. Miss Sophie hat zu ihrem Geburtstagstinner ihre vier besten Freunde eingeladen. Ich werde Ihnen nun die Tischfolge bekannt geben. Hier wird Miss Sophie sitzen. Hier ist Sir Toby. Da Admiral von Snyder. Hier Mr. Pomeroy. Und dort Mr. Winterbott. Es ergibt sich leider eine kleine Schwierigkeit, da Miss Sophie nicht mehr die Allerjüngste ist, hat sie ihre vier besten Freunde längst überlebt. Letzten hat sie vor 25 Jahren beerdigt. Dennoch will Miss Sophie nicht auf ihren Geburtstagstinner verzichten. Aber die vier Herren aus verständlichen Gründen nicht persönlich erscheinen können. Werden Sie durch den Butler James verdrinken? Der all die Jahre dieses Dünner leitete. Wir wünschen Ihnen nun bei diesem ungewöhnlichen Dünnerverband viel Vergnügen. Wir wünschen Ihnen bei diesem 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 Dünnerverband viel Vergnügen. Vielen Dank. Good evening, Miss Sophie. Good evening. Good evening, James. You are looking very well this evening, Miss Sophie. Well, I'm feeling very much better. Good, good, good. Well, I must say that everything looks very nice. Thank you very much, Miss Sophie. Thank you. Is everybody here? Indeed, yes, they are. They are all here for your anniversary, Miss Sophie. All five places are laid out? All laid out as usual. Sir Toby? Sir Toby is sitting here, Miss Sophie. Admiral von Schneider? Admiral von Schneider is sitting here. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy. I put round here for you. With my very dear friend, Mr. Winterbutton. On your ride as you requested. Thank you, James. You may now serve the soup. The soup. Thank you very much. They are all waiting for you. A little drop of Maligatoni soup. I'm particularly fond of Maligatoni soup. Yes, I know who you are. I think we'll have Sherry now, Miss Sophie. Sherry? Fine. Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie. The same procedure as every year, James. Oh. 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 So, Tobi. Jere, Sofie, Miguel. Admiral von Schneider Oh, must I have this selfie? Just to please, Mr. James Just to please you Very good, Scott Mr. Pomeroy Happy New Year's Eve! My dear Mr. Winterbody Well, here we are again, old lovely You may now serve the fish The fish? Did you enjoy the soup? Delicious, James Thank you very much, Miss Sophie Thank you A little bit of mossy haddock I think we'll have white wine with the fish White wine? Very fine The same procedure as last year, Miss Sophie The same procedure as every year Yeah Yeah Thank you 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 wherever you are I love Thank you Thank you Sir Toby? Cheerio, Miss Sophie! Edinburgh von Schneider? James, please! Scott! Mr. Pomeroy? Mr. Winterbottom! You look younger than ever, love! Younger than ever! Please serve the chicken! The chicken! It looks a very fine bird! It's a lovely chicken! I tell you it's a lovely! I think we'll have champagne! Champagne! Very fine! The same procedure as last year with Sophie! The same procedure as every year! The chicken! The chicken! Vielen Dank. Vielen Dank. Jesus. What? Mr. Pomeroy? Happy New Year's Eve in New York! Mr. Pomeroy? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. You're going to bed? Yes. Sit down, madam. I give you a hand up. As I was saying, I think I retire. The same procedure as last year, my selfie. The same procedures every year, please. I do my very best. I do my very best.